Lawinen-Airbag-Rucksack Arteryx Voltaire Bestandteile Batterie Netzgerät Lawinen-Airbag-Rucksack Batterie Netzgerät Erste Schritte Wichtig! Batterie vor der ersten Verwendung aufladen Batterietest Wichtig! Bedienungsanleitung aufladen vor dem ersten Gebrauch lesen System testen Schritt 1 Batterie einlegen Schritt 2 Lawinen-Airbag einschalten Schritt 3 Schritt 3 Anlegen und Gurte befestigen Gurte einstellen Schritt 4 Auslöser entsichern Schritt 5 Auslösen des Airbags Schritt 6 System zurücksetzen Airbag-Ballon Airbag-Ballon entleeren und wieder einpacken Den Airbag-Ballon nicht rollen oder falten Knüllen Sie das Material zusammen und stopfen Sie es zurück in das Fach damit der Airbag sich beim nächsten Gebrauch vorschriftsmäßig aufblasen kann Danke für Ihr Interesse! Schritt 4 Link Jack Pick 6 Pick 6 Immuneras Wormen Immuner 5 100